Eine offene Beziehung ist eine Beziehung unter Partnern oder Eheleuten, wo die Frau trotzdem mit anderen Männern und der Mann trotzdem mit anderen Frauen schlafen kann. Davon gibt es aber auch noch andere Formen. Meist machen sich die Partner das aber untereinander aus, wie weit sie gehen dürfen und wo die Grenzen liegen. Ich hoffe, ich habe euch geholfen und ihr schaut auch hoffentlich meine nächsten Videos. Baba!